ja hallo freunde herzlich willkommen zu einer munteren folge wir bauen uns einen weinkeller hallo chris hallo negro hast du schon am saufen ja die ganze zeit ne ja hier weinen wein ist schon leer oder was wein 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 ist alle wir versuchen also jetzt die ganze zeit hier mit diesen bildern immer dieses diesen weinkeller anstatt ich bin ja mal gespannt was passiert wenn wir das texture pack ändern dann wird er wahrscheinlich müll ja das ist wahrscheinlich ja man das ist so scheiß gardine nein wo ist es ja weiß ich nicht da sind sie zwei stück hast du noch die materialien dafür die minima und dann kann ich noch einfach zehn stück machen keine lustige ich meine dass keine hälzer mehr holzer müsste machen blut wo ist denn da mal lutes ist wolle und holz bei holz holz heute stück aber auch oder was war und genau du brauchst aber ordentlich was neun stück pro bild glaube ich musst du ein bisschen was ja alles klar hier so ne scheiß kacktür das wort doch kein mensch geweckt jetzt mal hier halt ja diese creeper bilder ne wir diesen creeper köppen ist aber auch der kracher so pass auf jetzt geht das hier los ja freunde hier haben wir übrigens ein fernseher jetzt hier mal einfach in die ecke gehängt und vor allem geil ist auch über dem über den über den öfen haben wir jetzt auch im flatscreen und wir wollen auch jetzt in jedem raum im flatscreen hängen haben auf jeden fall damit wir im prinzip immer und überall und nein schon wieder falsch geklickt man ich hatte schon immer und überall so leicht oder hier können wir auf jeden fall jetzt ordentlich saufen schönen weinkeller haben wir uns angelegt würde ich mal sagen hier wirklich kühlschrank es gibt kein kühlschrank oder doch da war nein hoffack wie sind der kühlschrank aus das ist aber nur so eine tür glaube ich ach so deswegen soll das sein okay das soll ein kühlschrank sein das habe ich irgendwie noch nicht so alles klar jetzt habe ich hier tausend von diesen dingen ich probiere jetzt kriege ich hier immer eine starke klimaanlage ein bild vom schaf was ist denn da los eigentlich es geht nicht geht nicht ne alles so selten ey immer durch die tür tausendmal ja ja immer der gleiche Mist na gut schoss noch hier als ob ich einen Weinkeller kriege ich jetzt hier weißt du also es ist so ein reiner Witz Düten möchte ich sagen eine Uhr ja das ist ja fürchterlich ja das ist so blöd dass das so random ist ne das stimmt ja komm scheiß drauf lieber nochmal flat screen irgendwo hin das ist eh viel wichtiger das ist eh viel wichtiger so ist es ja auch und dann äh würde ich vorschlagen sollten wir mal äh in unsere neue Bude gehen oder? welche neue Bude da oben ja kann man machen so zack Schilder hier rein äh Eisen auch ein bisschen das ist ja auch mal was feines ist auch selten bei uns oder Chris? ja ich hab ja ein bisschen was oh das sieht eigentlich auch cool aus ich hab ja ein bisschen was besorgt ich hab ja ein bisschen was besorgt zum Glück tja und sonst so? oh ich versuche hier noch ein paar Flat Screens hinzupacken oh da ist ein Creeper vom Haus äh ein Enderman vom Haus oh wollen wir den weg hauen oder? ja das sind wir weg hauen komm schnell bevor er weg ist ja kann ihn ja auch alleine besiegen komm aber was er denn? oh nein das Skelett greift mich auch noch der stand da hinten gerade ich hab ihn besiegt oder was? ne ich hab ihn angeguckt der hat mich angegriffen und hat er sich verpisst der ist ja doch bestimmt hier wieder irgendwo scheiß Endermaner ey naja sind schon wieder Creeper bei uns im Pool das gibt's doch gar nicht ja sind auch schon wieder vor die Party da ey das meinten wir nicht mit Bikini Party oder Chris? ne ganz sicher nicht alter raus aus meinem Pool ihr Penner alter und dieser Skelett hier was willst du in unserem Turm? ich finde das die Möglichkeit sag mal ich finde ja dass der dass der Pool auch um einiges gala als aussieht ne durch das Sandstein also Sandsteine sieht auch viel cooler aus es ist also es es ist schön ich freu mich orient safe Tja aber Enderman ist weg ne ja der ist wohl weg so fertig überall ist ein Fernseher guck mal bei dir hab ich ein Bücherregal obwohl du nicht lesen kannst im Hauptzimmer ist jetzt auch ein Fernseher was soll ich heißen ich kann die lesen bist du doof oder was? was? hab ich das gesagt? das mag ich doch natürlich nicht ich lese nur nicht äh viel Bücher lese aber ganz viel anderes Zeug so zack oben kannst du auch in den Arschnageln brauchen wir alles nicht so so ist doch alles dufte hier jetzt überall sind Fernseher im Crafting Raum nur noch nicht ne? äh ja im Dings nicht im äh da wo du meinst im Enchanting Raum Raum oh da ist der Enderman draußen ist er komm wir holen ihn uns der steht am Pool bei uns am Pool ich glaub der wollte ein bisschen feiern gehen ja da sind wir doch dabei kommst du mit? da ist er angucken der will an unseren Grill oh weg hat er weg teleportiert wegsack wo ist er? gerade noch gesehen ich hab ihn vor allem hab ich ihn gehört hab ich auch jetzt er wieder weg was ist hier mit diesen dreckigen Creepern alter? pisst euch raus aus meinem Pool ja ich weiß nicht ey wir brauchen auch jetzt bald mal äh irgendwie weißen? äh Türsteher find ich auch wir brauchen ja mal ein paar Leute die sich hier drum kümmern dass diese ganzen Kackvögel hier nicht ewig bei uns in der im Pool abhängen ja find ich auch scheiße so ja Enderman keine Ahnung Enderman hier Schmenderman keine Ahnung sind alle weg obwohl ich höre ihn ja ich höre ihn auch manchmal hängt der ja auch bei uns in der Bude ab hier hier ist er nicht hier ist er nicht so alter hier über den Kamin oder was? hier am Kamin hast du auch einen geballert oder was? ja ist doch nice oder? ah das ist mega nice jetzt versuche ich hier oben noch einen hinzudonnern hm geht nicht hallo so oh man wow was machst du? ähm ich baue Bilder und da ist gerade eins ein Riesenbild in den Start gekommen deswegen war ich etwas überrascht ah geschafft geil ja ich auch geil wenn wir jetzt aus dem Nether hier unten kommen können wir direkt die Sportnachrichten verfolgen ja gut finde ich sehr wichtig ja also ich verfolge die Sportnachrichten ja ich nicht das ist nice wir haben jetzt überall einen echten Fernseher hängen alter was ist das für eine Stromrechnung eigentlich ja das ist mir doch geil wer hat der kann ne? ja eben Stromrechnungen können sich an Arsch nageln diese Dreckschwanne event so komm ich nehme jetzt hier Diorit hier ein zack 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 äh was wollte ich denn ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Diorit mit ich nehme ein bisschen Annesit hier Schmied mit äh und dann gehe ich jetzt nach oben du gehst nach oben jetzt oder was? ja komm pack auch ein bisschen was ein wir gehen jetzt nach oben alles klar warte ich pack nochmal ein paar Sachen weg Spitzhacken brauche ich noch brauchen wir noch irgendwas eigentlich? ja ich brauche Spitzhacken auf jeden Fall die sind alle da hinten in der Kiste ne? ach so stimmt die Dingskiste sind einige drin hier in der huch ach ne das ist die ja gar nicht mehr das letzte ist die hier ist das ach ja super ja wo die Waffen drin sind ja damit ok ähm obwohl ich hab jetzt wie viel lassen da jetzt? warte ich nehm erstmal Asso komm mach einfach nochmal welche so ich hab jetzt 6 Stacks polierten Diorit ja ich auch genau ich auch so ich nehm mal ein bisschen Spitzhacken gemacht hier rotes und schwarzes Glas mit und gelbes mal gucken das kannst du mal mitnehmen wo ist denn der rote Stein? äh auf der anderen Seite davon nehm ich auch noch was mit und von diesen grauen nehm ich auch noch was mit ja da hab ich auch ein bisschen was am Start das wäre natürlich jetzt mega ne also mal ganz ehrlich Chris das wäre natürlich super geil wenn man diese Fernseher tatsächlich anschalten könnte ja das wäre geil ne? die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen bisschen Sport oder irgendwie hier Sportlitz Illustrated Cheerleader Weltmeisterschaft Wet T-Shirt Contests und sowas das wäre auch geil oder? ja das wäre echt geil einen schönen Wet T-Shirt Contest also das könnten wir bei uns in der bei uns in der Pool eigentlich noch machen ja ja so also ich finde ja ne der weiße Stein sieht ja echt schon ziemlich cool aus ne sieht eigentlich auch fast besser aus als dieser scheiß Netherquad ja bei dem bei dem Stack hier bei dem äh links halt ja so das ist also die Pole der in Stange hier oder was? ja nice ok pass auf was ist denn jetzt? wir brauchen ja immer noch ein Dach aber ich glaube Silber ist nichts haben wir nichts wir können es lösen aus Holz und das sieht noch beschissene aus glaube ich ne wieso du kannst doch diese Eisengitter übereinander packen das sieht aber glaube ich nicht so aus ja weiß ich nicht ich muss noch mal was probieren ich versuche mal dran zu denken können wir raus probieren so so was ist denn jetzt hier der ich würde jetzt mal ganz kurz der Lage planen Digga wir planen jetzt folgendes wir planen jetzt die nächste Folge ein dass wir in der nächsten Folge jetzt dann einfach mal anfangen hier zu bauen hier hinten soll ja das Getränkelager rein hier müssen wir dann quasi auch Gemälde von diesen Kühlschränken reinballern ne ja und zum Beispiel Wein müssen wir dann hier auch rein ja eben und Wodka paar Gemälde und aber wir müssten ähm die Frage ist halt lassen wir die Wände so ne lassen wir die Wände so oder machen wir sie doch weiß oder wie sieht denn das rote aus oder das graue vielleicht ist das auch noch cooler weißt du graue könnte sein ja also rot würde ich gerne guck mal das wird zum Beispiel ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal schlafen also ich meine wir wünschen eine gute Nacht allen unseren Zuschauern das meine ich damit und sage schaut morgen rein dann geht es nämlich einfach mal weiter mit unserem Club ja 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 ja